Ich mach' mich, ich mach' mich! So fülle ich das bei mir auch nicht! Ich mach' mich, ich mach' meine alte Krokodil! Oh Gott, mein Krokodil! Oh ja, Alkohol! Ja, das ist Koko, Koko sei ganz lieb! Koko ist mein Haustier! Ein Dattel ist ein Krokodil! Ein Zauber ist ja auch kein Gewinn! Ich habe mein Zauberer eine ganz besondere Männer. Ich mag mich. Also Koko, Koko wird auf mich achtgeben und sich beschützen, damit wir nicht wieder davonlaufen. Oh Gott, Koko, das ist die Schreckliche. Jetzt bin ich so eine alte Frau. Jetzt sind sie hier beim Zauberer und ich kann nicht weg. Meint ihr, dass der Kasper, der mich schon sucht? Ja, weil Polizistin. Ich habe Polizistin gesagt, Frau Kredi kann wieder hoffen. Oh Gott, der Kasper, der will uns nicht helfen. Hey, Koko, nicht so gut, nicht so gut. Du wirst nicht einfach witzig sein. Du bleibst ja weiter und da hast du ja. Okay, ich werde jetzt noch mal einen Kaffee. Und ihr bleibt hier schon. So, Leonie, das ist ja wirklich ganz furchtbar. Was soll los werden? Du kannst doch mal schauen. So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Waren sie auch artig? Hat das Komponier schön aufgepasst, Kinder? Ja. Oh Gott, mein Kind, kann man noch lange das Kasper, der mich schon rein? Oh, Pizze. So, Koko schrieb jetzt ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist Kaspale, das ist der. Wir werden jetzt besuchen, die Kredi zu befreien. Okay? Kasper, hier bin ich nur Kredi. Ich lebe nicht. Hallo, sein Lieber. Hallo, Kredi. Ja, hallo. Hallo, Kasper. Ja, wer bist du denn? Was machst du denn hier? Ich bin Kaspale. Also, geh mal aus meinem Schloss hier. Nein, nein, ich wollte dich aber besuchen, weil alle erzählen, dass du so, so toll zaubern kannst. Logisch kann ich toll zaubern. Wie, das stimmt, du bist ja zauber, oder? Oder Kinder? Genau, ich kann alles zaubern, was ich mag. Siehst du, ich habe sogar eine hübsche Frau hier bei mir. Eine hübsche Frau hat du gezaubert? Das stimmt aber nicht so ganz. Ich darf nur eher eine hübsche Frau gezaubern. Ja, aber natürlich. Eine Kinder hat ja eine hübsche Frau gezaubert. Ja. Die hübsche Frau hat nicht redet, stimmt's? Ja, hübsch bin ich schon, aber ich bin halt alt und bin trotzdem hübsch. Ja, du bist alt und auch hübsch, aber ich will ja lieber eine junge Frau hier haben. Ja, was heißt denn du? Ich bin jetzt dein Schaub. Aber zaubern? Kannst du denn auch junge hübsche Frauen zaubern? Also, ich kann ja auch junge hübsche Frauen zaubern. Ach so, das glaube ich aber gar nicht. Natürlich, ich kann alles zaubern, was ich mag. Nein, 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 du kannst doch eher ältere Frauen zaubern. Nein, ich kann alles zaubern, was ich mag. Und ich kann auch junge Frauen zaubern. Ach so? Ich kann alles zaubern. Soll ich sie mal beweisen? Ja, also, könntest du mal probieren, vielleicht? Vielleicht kannst du... Ach, komm, ich freut mich. Ach so. Ach, zaubern. Also, du meinst, du kannst doch mal junge Frau zaubern. Natürlich kann ich das zaubern. Ich wünsche sie, der größte Zauberkind ist auf dieser Erde. Gibt es euch die Beweise? Ja, aber so. Okay, also. Hokus, hokus, figi, bus, sin, salabim. Aus Regen werde wieder eine hübsche Frau. Tssscht. Wo ist es, wo ist es die리cke? Ah, hier. Drin Weiß! Herr Kaffel. Ihr seid? Da ist er. Da ist er. Hey. RS Hey. So, hast du recht, du reißt? Ach, wo ist es hier? Wo ist es hier? Wirция水 instalen. Komm, komm, komm. rég ja soweit hier Brunäu. Ein Riesstück. Hey, los, überhier! Ah, ja! Ich hab' einen schon gesucht! Und der Passwort hat mir erzählt, dass wir fremde Menschen verzaubert! Allein noch nicht hier, du bist hier. Es dürfte nicht, es ist nicht erlaubt! Oh ja, das ist doch was ja gar nicht! Aber hiermit seid ihr beide im Namen des Bayerischen Gesetzes Ritterung. Kommt ja, ihr kommt jetzt ins Gefängnis bei Stürzküter. Ja, das darf man nicht tun. Einfach schöne Mädels in ältere Frauen verzauern. Okay? Ja, ja. Kommt ja, kommt in mein Gefängnis. Ach, Kinder, bin ich froh, dass ich wieder die alte Vete bin. Einfach man ja von Gott alleine verhübscht. Stimmt. Aber du bist so jung und hübsch, Gräte. Was für Kinder, Herr Caspar, du bist doch nicht so jung. Du warst aber auch, muss ich sagen, auch als ältere Frau, warst du schon auch sehr hübsch, seltsam. Nein, du hast ja schon mal gesehen, wie ich später bin. Genau, aber wenn du später so schön wirst, wie du jetzt als ältere Frau wieder zauberst, aber zauberst, dann freue ich mich auch. Aber ich bin jetzt los. Ich bin jetzt los. Du bist so schön, Junge. Ach, du bist lieb, Haspar. Nein, du bist so groß. Ah, 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 ah. Tut es gut. So, Kinder, die Geschichte sind aus. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich habe gesagt, Herr, der Haus dem Ufer hat, noch mal die Fähigkeit ohneumachen. Ach, ich schütt. 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 Oh, Annika. Was ist los? Okay, los, hm? Ehm, ähm, ähm, ähm. Was ist denn? Wollen wir die Bivana? Wollen wir nur zwei gehen?